so ich glaube da ist noch ein stuhl ich muss noch etwas verkaufen ich kann mich noch nicht ganz entscheiden was aber na komm nehmen wir hier so solarpaneele die brauche ich gerade noch nicht wirklich so viele bringt auch spielt auch ein bisschen geld in die kasse so hier geiler scheiß okay das hätten wir auch so jetzt hatte ich gesagt würde ich gern ein bisschen hindukusch pflanzen wir übertreiben es jetzt mal nicht komplett weil ich ja vielleicht auch die ein oder andere sache noch zusätzlich machen möchte na gut jetzt ist vermutlich zu spät aber probieren wir es mal aus so und dann hatte ich ja gesehen hier in der zentrale na wobei das hier das THC öl das wird ewig lange dauern ja aber ich könnte Rauch auf Räder machen zum beispiel Donuts wie lange brauche ich für Donuts sieben Minuten und es sind vier stück okay dann brauch ich noch eine northern lights die pflanze ich hier in den in den goldenen topf ich brauche nur vier ne ja kann ich zumindest einen auftrag dann abgeben bei Rauch auf Rädern und vielleicht ergibt sich dann irgendwas geiles was ist mit ihm jetzt wenn ich Tasse und lilaner Dunst abschneide nein 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 bitteschön Patsch bitteschön Patsch all right bitteschön 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 okay die ist schon so gut wie fertig und der andere kram der braucht noch der braucht noch zeit und das auch nicht gerade wenig das ist mit dem zug event ist gerade eins schon das ist gerade nicht zielführend für mich ich kann sogar mehr davon machen na gut dann machen wir das so er ist jetzt noch unterwegs kann ich sonst bei irgendjemandem noch ein deal abgeben bei ihr könnte ich honig abgeben will ich das das weiß ich noch nicht wenn ich eine chemdog hätte oder eine northern lights ich glaube eine chemdog wäre schlauer das bringt nämlich doppelt so viel geld kann doch so was ist mit ihm ja der will nur sowas haben die beiden ja die kann ich gerade auch nicht beglücken die beiden sind quasi nicht da er will das haben also schön gedreiz in haze ja 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 da geht es nur noch einen schluss und der Wurst das ist nicht nett, was ich habe, was ich habe. Da ist es auch nichts, was ich habe. Ich habe die Wurst und da wo ich habe. Ich habe die Wurst Okay. Oh mein Gott. Diese Krone juckt wie Sau. Oh mein Gott. Ich habe einen Meilenstein erreicht. Aha. 22.500 Geld. Danke, ne? Danke. Gut, die ist so gut wie durch. Was ist mit denen? Ah, die sind auch gleich alle fertig. Schön, 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 schön. den Boden.